Ja, eigentlich schlecht. Ich fahre die schnell noch, ich sag doch, du hast eine Pfeiler nicht gesagt. Hast du eine Pfeiler nicht gesagt? Ey, Aschloh! Was soll denn das denn? Kommt der Wichser her? Ja, aber nicht. Norbert! Ich schrei noch nicht so in mich vor. Sollte ich her schauen? Ja, ganz schnell gekommen ist. Der Kräuter sind mit der CD. Die weiße Trainingsjacke mit der CD. Martin, du bist schon heiß! Martin! Was ist los? Du brauchst dich hinsetzen. Das war... Hallo! Ja, illegale Raubkopien. Ja, na klar. Das schneiden wir dann raus. Mal alle, die dran waren, auf die Seite und alle, die nicht dran waren, auf die Seite, bitte. Kannst du selber raus? Bleiben hier! Wegen ungebührlichen Verhaltens bekommt Nico schon mal eine gelbe Karte. Bei einer Rollenkarte muss er später dann Bollingugel. Was? Wann die Luft? Oder soll ich mich hinten reinsetzen? Kannst du auch. Meine hintere Tür ist nicht so groß. Moment. Ich will da testen. Ist halt sehr tief, du guckst halt immer von unten auf die Autos. Warte, du müsstest ein bisschen weiter weg von den Autos. Guten Tag! Hallo. Guten Tag. Hallo. Warte. Warte. Ein zwei Magnetschild noch. Kriegt auf deine Motorhabe? Ja. Ja. Hahahaha. Hier. Hier. Ich hoffe, ich störe dich, oder? Ja. Ich kann scheiße, ich wollte doch mal manipulieren. War fellow Mann,؟ Das ist ein bisschen los. Ich wollte nur gucken, wo ich nachher Kratzer reinmachen muss. Bitte was? Wir haben ja abgebrochen jetzt.